Innovation gehört zu den Dingen, die nicht aufhaltbar sind. Haben Sie vielleicht in der Vergangenheit schon mal gehört und das trifft mit Sicherheit auch auf Ihre Branche zu. Dennoch müssen wir sagen, auch in der jetzigen Situation, wenn man jetzt vielleicht nicht gerade von Innovation sprechen möchte, ist es doch immer wieder erstaunlich, wie schlecht wir darauf vorbereitet sind, nicht wahr? Es gibt hier natürlich ein paar Fälle, die wir uns mal anschauen, wo Innovation oder auch andere Art der Kommunikation, des Führungsverhaltens versucht wurden. Sie können sich vielleicht vorstellen, dass es in London eine bestimmte Transport-, also eine bestimmte Fortbewegungsweise gibt, die bevorzugt wird, insbesondere von Touristen. Ich meine jetzt nicht die Tube, diese U-Bahn in London, die wird natürlich auch gerne verwendet, aber jeder möchte mal einem Londoner schwarzen Taxi, einem Black Cab gefahren sein. Das machen viele und das machen viele auch gerne. Allerdings, und das muss man eben auch sagen, ich weiß nicht, wie Ihre Erfahrung da war, als ich das gemacht habe, als ich nach London gezogen bin, bin ich damals, als ich in Paddington ankam, mit meinem Koffer zu diesen Black Cabs und ich bin vorher schon ein paar Mal als Tourist gefahren, aber ich dachte, wenn du schon da hinziehst, dann fährst du natürlich auch zu deiner Wohnung mit einem Black Cab und es war erstaunlich, dass es zum einen wenig komfortabel war und ich dem Fahrer auch ein paar Mal sagen musste, wo es denn hingeht, zumal jetzt Kensington zum einen noch nicht weit weg ist von Paddington, zum anderen man auch wirklich sagen muss, dass das eigentlich zu den Routen gehört, wo man sagen muss, das ist jetzt wirklich Standardwissen. Und da haben sich einige Leute halt Gedanken gemacht, was kann man da machen? Und einige werden vielleicht die Firma kennen, Uber. Jeder Futurist, jeder Futurist, jeder, der über die Zukunft spricht, wird mit Ihnen über Uber geredet haben. Uber ist die Firma, wo Sie auf eine App gehen und dann können Leute, die ein Privatfahrzeug haben, entsprechend über diese App sich buchen lassen und Sie dann fahren. Da gibt es verschiedene Kategorien, das geht dann von UberX, also UberX auf Englisch, das sind normale Standardfahrzeuge, UberXL, die größeren UberX, da haben wir dann auch das ganze behindertengerecht, dann haben Sie noch das Ganze entsprechend mit UberLux und UberExec, also UberExec, das sind dann schon gehobene Kategorien und UberLux sind Luxusfahrzeuge, natürlich mit jeweils verschiedenen Preisschildern dran. Und jetzt können Sie natürlich sagen, was kann man mit solchen Innovationen machen, denn sehen wir es realistisch, immer wenn dann kommt, ja, da würde man ja jetzt den, da würde man ja jetzt den schwarzen Taxen dann doch irgendwie Kunden abnehmen. Natürlich ist das zum Teil richtig, allerdings haben Sie immer noch einen erheblichen Teil, insbesondere junge Leute, die würden sowieso nicht mit schwarzen Taxen fahren, weil sie es gar nicht leisten könnten. Und wenn Sie dann, wenn Sie als junger Mensch in London ausgehen, nach Hause wollen, dann landen die meisten eben bei illegalen Privatfahrten, also Menschen, die sich einfach vor Clubs stellen mit ihrem Auto und sagen, hey, für 10 Pfund, 20 Pfund Bahn die Hand fahre ich dich nach Hause. Unnötig zu erwähnen, dass das natürlich in einigen Fällen dann doch wirklich zu Übergriffen kam dabei, weil natürlich alle auch wussten, zur Polizei rennen kann niemand, denn du hast einen illegalen Fahrer entsprechend ja auch beschäftigt und möchtest dafür ja auch keinen Ärger bekommen. Wie geht man damit also um? In Deutschland bei Uber war die erste Reaktion, typisch deutsche Reaktion, verbieten wir es erstmal, denn wir haben ja eine Taxiverordnung, darauf wurde sich bezogen und die Leute haben dann diesen entsprechenden Beförderungsscheinig und damit war das Thema erstmal vom Tisch. Wie Sie heute sehen, wurde es natürlich nicht verhindert. Uber hat Modelle gefunden, da drumherum zu kommen. Mit verschiedensten Modellen in den meisten großen deutschen Städten finden Sie heute ein Angebot der Firma Uber. Das alleine zeigt Ihnen schon mal, dass Innovation nicht aufhaltbar ist. Wenn wir aber auch sehen, wie das Ganze in London lief, wo diese Option gar nicht existierte, da haben die eine andere Möglichkeit gefunden. Da hat damals dann der CEO dieser ganzen Taxi-Vereinigung gesagt, wir müssen einfach gucken, wie können wir uns denn dem aktuellen Markt anpassen, denn ich kann Ihnen mal sagen, wie das damals war, bevor es Wettbewerb gab. Bevor es Wettbewerb gab, wenn Sie im schwarzen Taxi gefahren sind, dann konnten Sie mit dem schwarzen Taxi fahren. Das war meiner Meinung nach wenig komfortabel. Es war ein ganz nettes Erlebnis zu haben, man hatte relativ viel Platz da drin, wenn Sie die Fahrzeuge kennen, da ist relativ viel Platz drin. Allerdings werde ich auch nie den Moment vergessen, als ich damals dann gefahren bin und sagte dann, ich würde gerne meine American Express bezahlen. Und bei der American Express wurde dann gesagt, ja, das sind 12,5% Zuschlag. Das müssen Sie sich jetzt mal auf der Zunge zergehen lassen. Zu jenermaßen, das ist jetzt mehr als 10 Jahre her, als das passierte. Aber das zeigt einfach die Haltung zum Fortschritt, wenn Sie irgendwo sind, wo Sie glauben, Sie müssten sich nicht bewegen. Und irgendwann kam man eben auf die Idee, wir müssen uns bewegen, denn Uber war halt schlichtweg da. Und daraufhin hat man eine App damals erfunden, die hier ist Halo. Das war ein externer Anbieter. Halo, H-A-I-L-O, also nicht H-E-I-L, das ist was anderes, was völlig inanziptabel ist. H-A-I-L-O, Halo. Daraufhin konnten Sie entweder schwarze Taxen rufen oder Businessfahrer mit Lummesin. Und diese App war relativ erfolgreich, bis sie dann irgendwann entsprechend auch den nächsten Wettbewerber hatte. Und das haben Sie heute vor allem mit der Firma GET. G-E-Doppel-T. GET ist eine Firma, die spezialisiert sich auf Fahrten, zum Beispiel mit schwarzen Taxen, Businessfahrten, organisiert das auch für Firmen und so weiter. Extrem erfolgreich damit und auch rentabel. Das heißt also, wenn wir sowas sehen, dann müssten wir eigentlich sagen, wir haben doch aus der Geschichte jetzt gelernt, wie wir immer sagen. Dann werden wir uns natürlich auch anschauen, wie machen wir das in Zukunft, wie stellen wir uns auf für verschiedene Fälle. Gucken wir uns doch mal an, was jetzt gerade los ist. Wenn ich jetzt nur den Namen sage, Tönnies. Der Name Tönnies wird Ihnen derzeit vor allen Dingen einfallen mit dem Corona-Ausbruch, den wir in NRW haben, wo die Familie Tönnies oder Herr Tönnies in dem Fall eine Pressekonferenz gegeben hat. Natürlich haben viele gesagt, ja, diese Leute sind ja vorverurteilt worden. Also bei einem, unverhohlen richtig, wenn sie wohlhabend sind, insbesondere in Deutschland oder wenn sie erfolgreich sind, dann wird auf sie raufgedroschen. Da gibt es überhaupt kein Vertun. Eine Neidkultur ist extrem im Deutschen verankert. Nun ist Herr Tönnies auch nicht das erste Mal aufgefallen. Der hat damals schon bei einem Event vom FC Schalke 04 fabuliert über die Afrikaner und deren Reproduktionsverhalten eine eindeutig rassistische Aussage. Das hat auch die DFB-Ethikkommission bestätigt. Die DFB-Ethikkommission sagte dann wiederum, er hat sich rassistisch geäußert, er ist aber kein Rassist. Das ist nur relativ schwierig möglich, im Endeffekt nur in zwei Möglichkeiten. Entweder, wenn jemand gezwungen wurde zur Aussage, das können wir mal ausschließen, oder wenn jemand sich nicht bewusst war, was dort gesagt wurde und im Zuge von im Zweifel für den Angeklagten, wenn wir mal auf rechtsstaatlichem Grund und Boden bleiben wollen. Und das ist ja das Ziel. Es gilt halt immer die Unschuldsvermutung. Deswegen nehmen wir das Positivste an. Er hat sich für die Äußerungen entschuldigt, gesagt, dass sie unangemessen waren. Somit haben wir das schon mal. Nichtsdestoweniger sehen wir in diesem Fall eben auch wieder einen Fall von Führungsverhalten. Herr Tönnies stellt sich vor die Presse und einige sagen natürlich, naja, im aktuellen Klima werden Leute ja schon vorverurteilt, wenn die Tür aufgeht und da kommen fünf weiße Männer raus, dann sagen ja alle typisch. Richtig, das sagen Leute auch. Und wissen auch warum? Weil es typisch ist. Wenn sie über Jahre verfehlte Personalpolitik machen und ihre gesamte Führungsriege, selbst wenn ich bis heute auf die Webseite von der Firma Tönnies gehe und gucke mir das Führungsteam an, sehe ich dort nur weiße Männer. Null Diversifizierung. Und wenn sie dann so eine Personalabteilung, übrigens, ich bin mir völlig sicher, dass die Schuld hier nicht bei der Personalabteilung liegt, weil meistens haben Personalabteilungen sehr proaktive Ideen und innovative Ideen, die nur regelmäßig einfach abgebügelt werden, getreu dem Motto, wollen wir nicht. Wenn sie halt sagen, sie machen statt Netzwerken und statt Talent einfach eine Seilschaft, dann werden sie bei solchen Strategien irgendwann auf die Nase fallen. Und das fällt ihnen immer im Krisenmoment dann entsprechend auf. Auch war die Aussage, dass Herr Tönnies sagte, es muss ja nun irgendwie auch anders gehen. Wir werden, also er sagte ja, er möchte nicht zurücktreten, er möchte die Firma aus der Krise führen. Das ist eine Möglichkeit. Natürlich hätten viele lieber den Rücktritt gesehen. Allerdings auch hier wieder die meisten nicht aus sachlichen Gründen. Warum kann ich Ihnen auch gleich sagen? Die meisten, er braucht Schadenfreude. Erfolgreicher Mann tritt zurück. Das ist eben in der Mentalität der Schadenfreude einfach gerne gesehen. Nur mal so zur Info. Das Privatvermögen der Familie Tönnies wird geschätzt auf 1,4 Milliarden Euro. Glauben Sie ernsthaft, wenn Ihrer Schadenfreude Genüge getan wird und der Mann tritt zurück, dass sie sein Leben irgendwie verändert? Vermutlich eher nicht. Insbesondere nicht finanziell. So, nur jetzt müssen wir eben gucken, wie ging es dann weiter. Und er sagt, wir werden diese Branche positiv verändern. Das ist erstmal ein blöblicher Ansatz. Bei der Pressekonferenz, wo man zu massiven Verfehlungsstellungen nehmen muss, allerdings der falsche Zeitpunkt. Wenn Sie in der Krise stehen, ist es nicht der Zeitpunkt, dass Sie sagen, wir sind jetzt an vorderster Front ein positives Beispiel. Er hat dann genannt, dass insbesondere bei der Adresserfassung, da es auch Probleme gab, die Dienstleister hatten die Adressen. Er durfte nicht darauf zugreifen. Hier sehen wir dann wiederum auch Datenschutzgesetze, die zum Teil einfach für solche Praxis nicht ausgerüstet waren. Denn hier war er in einem Dilemma, was er nicht gewinnen konnte. Er sagt halt, wir hatten die Adressen nicht, weil auf die Dienstleister, Privatadressen der Mitarbeitenden darf man nicht zugreifen. Das stimmt juristisch übrigens. Hätte er gesagt, wir haben zugegriffen, hätten Leute gesagt, was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind, Herr Tönnies? Sie können doch nicht einfach gegen Datenschutz verstoßen. Also hier kann er nicht gewinnen. Und jetzt wichtig, ich verteidige in keinem Fall die Familie Tönnies hierbei. Nur müssen wir eben auch sagen, wir müssen unterscheiden zwischen Rachsucht und Neidgesellschaft und dem, was sachlich eben passiert ist. Und sachlich passiert, und da können wir uns jetzt über die juristische und eben auch über die moralische Komponente unterhalten, wenn wir, und da müssen wir uns alle ins Boot nehmen. Und zwar auch vor einem Hintergrund, der mich persönlich betrifft, genauso wie er Sie wahrscheinlich persönlich betrifft. Die Familie Tönnies hat Fleisch produziert und dabei extrem schlecht bezahlte Menschen für sich arbeiten lassen. Das ist, und da müssen wir überhaupt kein Blatt vor den Mund nehmen, moralisch verwerflich. Wenn jetzt Leute übrigens aus meiner eigenen Branche hier zuhören, Trainer, Berater, Coaches, wie auch immer, dann bitte mal selber auch reflektieren. Ich habe mich seit jeher verwehrt gegen das Verwenden von gewissen Portalen. Einige kennen Portale, wo man dann Leute anheuern kann, die am Ende der Welt wohnen, wo man sagt, ja, für die Menschen sind aber 10 Dollar viel Geld. Ja, das ist immer der schönste Grund, sich noch als Wohltäter aufzuspielen. Man weiß halt, die Arbeit hätte in Deutschland 300 Euro gekostet und in Pakistan kostet sie dann eben 10 Euro, weil es dort eben viel Geld ist. Das ist natürlich kein Grund und da bitte auch selber schauen, wie sieht es mit einem denn aus. Und wenn es um das Thema Fleisch geht, dann bitte doch mal auf den eigenen Grill gucken. Also mal so als Beispiel. Ich werde, ich zeichne jetzt gerade diesen Podcast auf, ich werde in drei Stunden zu einer Grillparty eingeladen sein. Wie kaufe ich denn mein Fleisch ein? Wenn ich jetzt hier bin, ich kaufe mein Fleisch normalerweise von einem lokalen Bauern. Da kostet es ungefähr das Vier- bis Fünffache von dem, was es im Supermarkt kosten würde. Das allerdings mache ich gerne und das mache ich seit Jahren. Und was ich eben auch mache, da wiederum habe ich mein Verhalten erst vor kurzem, vor ungefähr zwei Jahren verändert. Wenn ich im Supermarkt Fleisch kaufe, zum Beispiel Aufschnitt, und ich sehe, es gibt ein veganes oder vegetarisches Produkt, was dem gleichkommt, dann kaufe ich dieses Produkt. Warum? Ich kaufe nicht Fleisch, weil ich sagen möchte, ich möchte, dass unbedingt Tiere sterben. Ich kaufe Fleisch, weil ich den Geschmack mag. Wenn es ein Produkt gibt, was genau so oder zumindest ungefähr so schmeckt und dafür keine Tiere sterben müssen, mit sämtlichen Problemen, die Massentierhaltung haben, dann darf, wenn man dann sagt, ich kaufe trotzdem noch Fleisch, dann ist es reine Ideologie. Und ich habe zumindest meinen direkten Fleischkonsum in den letzten Jahren erheblich verringert. Allerdings, und das sage ich eben auch, eben auch erst in den letzten Jahren und nicht in den Jahren davor. Tun wir doch nicht so, dass dieses Problem erst gestern da wäre. Warum hat denn die Familie Tönnies günstige Leute dort beschäftigt, die für wenig Geld arbeiten müssen? Weil Konsumenten sagten, das Fleisch kann nicht billig genug sein. Und im globalen Wettbewerb ist natürlich auch die Familie Tönnies stehen. Das befreit die Familie Tönnies allerdings nicht davon, eine moralische Schuld hier mit sich zu tragen. Die Fleischbranche hätte längst vorher adressieren müssen, dass hier entsprechend gehandelt werden muss. Dass man einfach sagt, wir lassen gewisse Produkte nicht auf unsere Märkte, wenn gewisse Dinge nicht erfüllt werden. Das wurde versäumt. Und auch, wo jetzt Hubertus Heil sagte, Arbeitsministerium, ja, wir werden dort zeitnah jetzt gesetzlich gegensteuern, das fällt den Leuten immer erst ein, wenn der Skandal passiert ist. Und auch das ist deutlich zu spät. Es gibt so einen Satz im Englischen. In a two-horse race, don't better than a donkey. Also in einem Zwei-Pferde-Rennen, bitte nicht auf den Esel setzen. Wenn Sie jetzt etwas tun, und Sie wissen einfach, das wird Ihnen irgendwann auf die Füße fallen. Also nehmen wir jetzt mal an, Sie würden mit mir Geschäfte machen. Und irgendwann würden Sie rausfinden, dass Nils Brabant seine Webseite programmieren lässt, seine Assistenz herkommen lässt, seine Grafiken programmieren und entwerfen und einbinden lässt, irgendwo am anderen Ende der Welt. Damit es eben nicht, wie normalerweise üblich, pro Logo 100, 200, 300, 400 oder mehr Euro kostet, sondern eben nur 10 Euro. Gehen Sie mal auf Portale wie Upwork. Gehen Sie mal auf Portale wie Fiverr. Und diese Portale möchte ich überhaupt nicht schlecht machen. Denn es gibt natürlich eine sinnvolle Anwendung. Wenn Sie jetzt sagen, Sie brauchen eine Grafik für Ihren Geburtstag und natürlich, dann haben Sie auch finanziell eventuell begrenzte Mittel, dann gibt es natürlich auch da Anwendungspunkte. Nur wenn Sie selber sagen, Sie sind ein Premium-Geschäft und Sie nehmen Premium-Tagessätze, dann verdienen eben auch Ihre Arbeitspartner, entsprechend Premium behandelt zu werden. Und dem müssen wir uns alle stellen. Was jetzt im Bereich Innovation wichtig wird, ist, dass jeder jetzt sein Geschäftsmodell einfach mal ganz klar untersucht und schaut, wo machen wir eventuell Dinge, wo man sagt, das ist jetzt eher mittelschön oder einfach auch schlichtweg unschön. Also von daher Punkt 1. Machen Sie eine Bestandsaufnahme. Wie ist Ihr Geschäftsmodell aktuell und wo ist es angreifbar? Das hätten Sie übrigens vorher schon längst machen müssen. Übrigens, wenn Sie offen und ehrlich Ihre Leute fragen, werden ganz viele Ihnen sagen, wir wussten seit Jahren, dass das Problem bereits da ist. Endlich sprechen wir drüber. Punkt 2. Machen Sie jetzt direkt einen Actionplan, also einen Handlungsplan, wo Sie das Ganze genau entwerfen. Was bereiten Sie wie vor für den Fall, dass Sie es umsetzen müssen? Und Punkt 3. Die ersten Punkte setzen Sie bitte direkt um. Wenn plötzlich jetzt einfach zum Beispiel Ersatzteilhändler sagen, wir fangen an mit Online-Shops, obwohl wir in relativ großen Bereichen sind, dann sprechen Sie natürlich mit Vertrieb und mit Ihrem Team und so weiter. Machen Sie es nicht im Alleingang. Drücken Sie es nicht auf Teufel komm raus durch, ohne die zu fragen, die mit dem Kunden zu tun haben. Aber sich gewissen Welten zu verschließen mit den ewig gleichen Sätzen, wir sind eine konservative Branche, bei uns dauert alles länger, bei uns in der Region ist das eher klassisch, gebetsmühlenartig dieselben Sätze und dann am besten noch in monokulturalen Führungsumfeldern, wo gesagt wird, wir haben einfach keine anderen Leute, was einfach nicht stimmt. Wenn Sie das immer weitermachen, dann fällt es Ihnen irgendwann gewaltig auf die Füße. In diesem Sinne wünsche ich viel Erfolg bei der Anwendung. Ich helfe dabei jederzeit gerne. Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail, wenn Sie da ergänzende Punkte, weitere Punkte haben und in diesem Sinne viel Erfolg bei der Anwendung und für heute vielen Dank für Ihre Zeit.